so lieben heute gibt es wieder ein spezial für euch und zwar einen lunch burger spezial extra speziell mit cheddar käse drauf mit essiggurken mit zwiebeln mit einem speziellen rindfleisch schweinefleisch pt und dazu richtige stieghaus pommes und ketchup hätte auch meine nase nehmen können und es wird ein richtig gutes video heute weil heute seht ihr mal den burger so richtig in seiner ganzen vollen größe habe ich extra so gemacht ich zeige euch auch mal von oben richtig schönes teil von der seite hat auch schön eisbergsalat drauf vor allem das lebe ich und die zwiebel und ein schönes großes patty extra angefertigt von dem metzger speziell für den lunch burger der sich vielleicht nur vergrößern könnte wenn es richtig extremer erfolg gehabt wird was ich vermuten werde so wie in frankfurt gibt es auch gute burgerläden und der ist übrigens ehrlich so leute jetzt werde ich dann gleich mal loslegen und dann könnt ihr mich wieder bei meinem food vlog begleiten und wie gesagt das schmeckt wirklich sehr sehr lecker also ich habe den schon mal jetzt vor einer woche probiert und gestern war ich auch da und das wird gesagt ein spezielles video extra noch für euch ein richtiger geiler food vlog und wie gesagt kommt mal her probiert mal wenn ihr in der nähe seid oder in der nähe also unterwegs seid oder das wird sprich seid und probiert und glaubt mir richtig geil super geschmack so loslegen hier mit dem burger und ketchup auch da drauf tun den burger und auch die pommes so lieb ich das das kennt ihr bestimmt auch meine nächste frau oder ketchup verfahren jetzt etwas das ist das genügend drauf habe ich nichts dazu und das ist richtig geiler food vlog also nicht nur jetzt extra für euch nochmal das war schon unter anderem aber weil ich lieb auch den burger also macht mich jetzt glücklich ich kann nicht mehr glauben das hat im punkt warum ich extra nochmal hergekommen so also gut dass jeder burger kann das muss uns mal schmecken richtig schön das saftige burger so müssen wir raussehen super leckere burger soße super leckere burger soße so müssen burger schmecken schön saftig so muss ich große steakhauspommes sehen wir schon dazu wie ein frankfurter laden einfach frisch durchgeschnitten dann exportiert richtig fette pommes ist mindlich gut also ich sag wenn ihr mal lust zeit habt kommt her schauen wir an eine schöne berg vom end so schön saftig seht ihr was am pfund her und das schmeckt auch richtig gut und das schmeckt auch richtig gut 1 und 2 konsistenz vom fleisch absolut perfekt und das schmeckt auch richtig gut und ich liebe es mit viel Essigburgen wenn ihr weniger wohl sagt einfach bescheid da passt alles alles drin was man so braucht der geschmack ist deswegen besonders weil die burger soße auch speziell selbst hergestellt wurde das hat es mit der chef gesagt das hat es mit der chef gesagt das hat es mit der chef gesagt ja du bist auf jeden Fall ein bürger nochmal was ist das so muss es sein leider muss ich heute noch auf die arbeit aber das ist so 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 super lecker das ist mein burger imisladen Nummer eins frühstück oder spätstück ich komm herkern her wenn ich Lust hab so so schön groß die Pommes hier ist schön breit schön breit so jetzt wird optimal kann man draußen essen den ist auch schön aber draußen essen mir passt lieber hier essen hier essen gemütlich auch das letzte mal hin freut man auch aber lieber hier freut mich auch ausnehmen wenn man dann eh wohnt dann ich so hast du Ja, leider wird am Samstag jetzt nix, heute mit Kaufhof, aber in 1, 2 Wochen wieder mal. Dann werde ich wieder mal fränkisches Essen genießen und euch als Vlog präsentieren. Habt Geduld. Deswegen habe ich jetzt heute diesen Vlog hier für euch gemacht. Mal schauen, ob er erst als Bandier rauskommt. Also Live-Chat oder eben gleich als Krams-Inker. Wobei Holt ist frei, aber er wird erst wahrscheinlich mal auch anders sein. Ich will dann also die Arbeit machen. Einzuschmeißen. Ja. Sper und Schmeißen. In der Einkauf hat er gut gemacht. Dann sind Sie auch gut gebrochen. Ein Wirklicher der Krams-Inker. Auch toller Nachgeschmack! Schön gegrillt das Fleisch. So muss es sein. Zwei Müller-Präsentationstelle, weil der bekommt ja immer so eine Box mit. Aber der ist ja nicht schlimm. Wenn wir mit nach Hause sind, können wir das immer noch tun. Ist ja kein Problem. Wirst du kurz in dem Berg jetzt mal besser sehen? Dann wird ja der Box leicht verdeckt. Ich glaube, das ist ein schönes Teil, oder? Sieht ästhetisch aus. Und der ist auch lecker. So, wir sind jetzt wieder fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert mich, liked mich, teilt mich weiter, folgt mir. Und du kriegst es einfach nicht für mich wegen dem Klick, wegen dem Like. Und ja, wie gesagt, mein Name ist Johannes Pontiac. Und ich mache jetzt mehr Food Vlogs. Erstens, ich gehe kein Essen. Hat aber nichts mehr zu tun, weil ich habe jetzt abgenommen, sogar 5 Kilo. Weil ich meine Ernährung umgestellt habe. Ich isse viel Händchenfleisch und Salate. Und arbeite nicht nur so was wie heute. Man hat dann eh Stress vor der Arbeit. Aber da ist kein Problem. Okay, das ist Bescheid. Bis zum nächsten Video. Bei Hannes Pontiac. Tschau Leute. Tschau Leute. Auf Scho Oha. Auf Scho Oha. Und zu zweitens?